Dieser andere Junk-Crip! Schon wieder! Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Overwatch-Gameplay zusammen mit dem lieben ProNeon! Ja Freunde, was geht denn? Willkommen mal wieder! Back am Start! Junkertown wird gezockt! Richtig! Deswegen habe ich passend dazu, die Directly mal Junkert geht. Norm, hat ja super geklappt bis jetzt. Scheiße. Ich probier mal wieder meinen Hanso-Skin zu verbessern. Mein Hanso-Skill, aber wird wahrscheinlich nicht klappen. Ich bin bereit! Nimm gut! Brah! Ich hab den Genji bekommen, aber ja gut, anscheinend hat er reflected und deswegen hab ich ihn nicht bekommen. Ah, finally man, kill, meine Fresse. Okay, ich hab drei Kills. GG. Aber gut, ich darf mich nicht zu früh freuen. Korrekt. Wow. Lo! Ja geil. Wie hat er mich sehen können? Weil welche? Ich check's irgendwie nicht, wie ihr mich gesehen habt. Noll. Ich feuer mal aus dem Spawn raus. Was? Macht Sinn, alles klar. Sind hier irgendwo noch Gegner? Kann ich nix wissen. Ich weiß nur, dass ich gerade übel abbekomme. Wow, nein, 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 nein! Oh, dieser Harald! Oh, ich hab ihn noch. Boah. Aber es läuft viel besser, muss ich sagen. Na dann. Auch wenn mein Skill ein bisschen nachgelassen hat, aber gut. Ich hab ja, äh, gestern eine Folge mit Darkfighter aufgenommen, äh, PS4. Und ich bin gar nicht mehr drin in PS4. Ich glaub, ich zock PS4 auch nur mit Tastatur. Ja, was denn? Ich wurde die ganze Zeit geheadshotzt und wir hatten auch mal ein Gegner-Team. Das hat nur, da haben nur die Leute Tastatur benutzt. Oh, fuck it. Ich komm heute einfach gar nicht klar. Boah, Junge. Kann mal jemand den Genji töten? Ich hasse sie, ich hasse Genji. Ich hab Genji. Sauber. Weil ich bin gegen Genji irgendwie nicht gut. Ich muss meinen Namen reinwacken. Scharfschütze. Haha. Ja, ist klar. Ist das letztes Mal auch gut geklappt? Ehm, Mann, ist... ...gesteuert unser Gesamt. Mir stirbt keiner weg. Ey, Junge, dieser Genji, der fokust auch nur mich, oder? Der... der tötet immer nur mich. Ich weiß nicht warum. Ich steh nie auf. Ich steh nie auf. Ich steh nie auf. Ah, ach, Deliminierungen. Ey, wie geht denn das? Ihr seht, was unsichtbar ist. Sammeln für uns. Ja, ist klar. Scharfschütze. Ich geh mal hier hin, dann kann ich besser auf Gegner schießen. Looooool. Haha, Genji. Wer hat dich abgeschossen? Ähm... Keine Ahnung. Schade, ich wär hier gerne draufge... draufgeklettert. Ja, die Widow hasst mich. Oh nein! Ey, der Genji tötet mich aber auch nur, ne? Scheiß Genji. Blöder Fokusser. Ey, komm, Leute. Die Runde läuft irgendwie gar nicht bei mir so. Woah, ich hab Ulti ready. Ich hab Ulti ready. Wir dürfen nicht. Der Weg. Nein! Ey, was? Ey, dieser Genji. Warum fokust der nur mich, der kleine? Arsch. Kann ihn mal bitte jemand ausschalten? Ich geh dem nicht mehr... Ich glaub dem nicht mehr über den Weg. Wie der mich aber auch dauerhaft tötet. Ich geh jetzt weg von dem. Boah, ich muss mal zur Fracht, um meine Ulti einzusetzen. Aber ich komm irgendwie nicht dazu. Hä? Wie geht denn das? Schock-Schütze! Bewegt euch überlegt! Ey. Dieser andere Junk-Knee. Schon wieder. Komm, wie sind wir so kurz vom Ziel? Ja, ich bin ja am Punkt. Ey, Genji, was? Oh Mann, der regt mich so auf. Warum tötet der immer mich? Ich weiß nicht, wie oft der mich schon hintereinander getötet hat. Der tötet aber ungelogen immer nur mich. Ey, jetzt hab ich meine Ulti wieder verspendet. Entschuldigung, dass ich mich mal kurz aufregen musste. Aber es ist einfach so. Und ständig wird er resettet. Ja, geil. T-Mates. Boah, bin ich schlecht, Alter. Ja, geil. Das ganze Team. Hauptsache, ich gleide hier runter. Was zum Fuck, Alter. Das ganze Team. Was zur Hölle. Ey, was ist denn das? Warum gleide ich denn da runter? Ja, ich bin zum Stillstand gebracht. Ey, ich krieg niemanden down. Ja, mir geht's ähnlich. Ich werde ja auch irgendwie. Na oder weniger gekillt. Aber gut. Boah. Boah. Ey, Genji! Ha! Arschgeige, jetzt hab ich dich. Oh Mann, jetzt trifft der Arsch mich. 2 HP? Läuft. Ja, danke. Danke, 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 danke. Och Mann. Alter, das ist auch so ein übelstes Gecampe auch. Ohne Scheiß. Oh, ich hab 95% Ulti. Also ich kann gleich. 67. 67. Los Leute. Schau dich raus. Ha! Du blöde Wichserin! Spawn campt, um mich zu bekommen. Wir killen uns gleichzeitig. Nice. Haltet die Stellung, bis ich meine Ulti hab. Obwohl, warte mal. Ja, da... Ist nicht möglich. Ich hoffe, ich treff wen. Nein. Unsere Mates sind behindert. Geh los, Leute. Das kann doch nicht euer Ernst sein! Ey. Oh Mann. Ey, wenn der Genji jetzt das Highlight bekommt, gönne ich ihm gar nicht. Okay. Das will ich sehen. Das Zaun hat Pro, weil er diesen random Doppelkill gemacht hat. Okay. Krass, Mann. Oh, shit. Okay, das war nix. Ähm, gut, dann müssen wir es jetzt in Runde 2 probieren. Also, ihr wisst, was jetzt kommt. Kleiner Cut. Und wir sehen uns gleich in Runde 2 wieder. Bis gleich. So, willkommen zurück in Runde 2. Jawoll. Verteidigen auf Tempel des Anubis unterwegs. Ja, guck mal, du führst uns tatsächlich an. Easy. Kommt mit, meine Kumpadrin. Es ist Zeit zu handeln. Aber ich muss das auch mal probieren, was dieser gegnerische Han so gemacht hat, der das Highlight vorhin hatte. Ähm, erst diesen Pfeil in der Nähe von dem Objective, beziehungsweise der Fracht schießen. Und dann halt, äh, gucken, wenn ich Ulti habe, wo ich durchschießen kann, weil ich dadurch weiß, wo Gegner sind. Muss ich mal gucken, ob ich das, äh, Koordinat hinbekomme. Komm ich hier hoch? Ich werde wahrscheinlich direkt getötet. Ich weiß es nicht, ich habe so einen kleinen Pixelpick hier. Aber wenn die Sniper haben, bin ich... Guck mal, ich steh hier oben drauf. Hallo. Lol. Nein, hier sind die Tracer. Ey, diese Tracer, die regt auf! Kannst du mir nicht erzählen, dass ich die kein einziges Mal getroffen habe? Okay, die Tracer wird nervig. Ah, scheiße. Hey, lol, als ob da eine Falle von dem lag. Okay. Kann ich irgendwie nicht glauben, aber naja. Oh, die haben noch eine Saiya, das ist eklig. Oh, nein. Äh, beziehungsweise keine Saiya. Die haben eine Pharah. Das meine ich, so rum. Oh, nein. Bitte. Haben wir wieder ein Normal-Team. Oh, Gott. Ey, lol, die Gegner sind gerade nicht so gut. Ey, und hier ist schon wieder die Tracer. Loll. Wo? Ey, was? Oh, Mann. Was ist denn? Als ob. Ich dachte, ich wäre da safe. Okay, anscheinend nicht. Ey, Leute, bitte. Ey, diese Pharah. Ich gebe nie auf. Ja, die ist lästig. Hätte ich ein besseres Aim, hätte ich das schon zweimal geholt. Aber ich zieh halt immer hin und her. Ey, lol, was? Boah, shit. Ja, ist klar. Wahrscheinlich erwischt der mich so, ne? Ja. Macht Sinn. Ey, Junge. Diese Tracer. Ich bekomme ihn nicht. Leute. Ja. Das ist so unglaublich. Loll. Aber, ey, mal ohne Scheiß. Unser Team war jetzt Scheiße. Aber hallo, guck dir das an. Highlight des Spiels. Guck dir das ernsthaft an, wie schwach unser Team im Vergleich zu den Gegnern ist. Level 94, 37, 53 und wir haben nur 11, 24, 24, 9, 12. Ist ja klar, dass wir das nicht gewinnen. Ich habe in einer Eliminierung eine Goldmedaille. Das ist bitter. Ey, ich will gerade mal kurz gucken, weil du das gerade so gesagt hast, ob ich überhaupt auch eine Goldmedaille habe. Obwohl, ich glaube, ich habe gar keinen Kill gemacht. Okay. Ja, gut. War eine sehr kurze Folge. Ja, brich dir mal wieder ab, du. Ja, und es liegt zwar am Ende hin nicht so gut, aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und vor allem einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr es auch krass von euch die Widow getriggert habt. Und ja, ansonsten war es das auch jetzt, wie schon gesagt, von diesem Video. Natürlich könnt ihr uns natürlich gerne abonnieren und in dem Fall auch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von uns. Und halt auch aktivieren, dass ihr alle Benachrichtigungen von uns erhaltet, wenn ihr wirklich kein Video mehr verpassen wollt. Und ansonsten wünschen wir euch noch ein schönes, langes Wochenende für die, die es haben. Und ansonsten sagen wir tschau tschau, haut rein und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Outro 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 Bis zum nächsten Mal.